In den Wechseljahren sind ziemlich viele Frauen von Hitzewallungen betroffen und das Thema Wärme ist ein ganz großes Thema. Wärme kann aber auch jetzt in der Jahreszeit, wenn es kalt wird, ein Thema sein und zwar einmal andersrum, wenn uns kalt ist. Was wärmt uns? Das ist ein sehr interessantes Thema, gerade in der heutigen Zeit. Und hier in Menokul, in dem Podcast geht es heute um Lebensmittel, die uns von innen auf natürliche Weise wärmen, wenn uns kalt ist. Ganz viel Freude bei den aufwärmenden Lebensmitteln und Ideen, was Du machen kannst hier im Menokul Podcast. Bist Du bereit? Dann geht's los! Schön, dass Du reinhörst hier bei Menokul. Mein Name ist Petra Orzech. Ich bin Ernährungswissenschaftlerin, eine sogenannte Ökotrophologin und Yogalehrerin, Autorin und Gründerin der Menodetox-Kur, wo es um eine Kur geht, die wir am Wochenende machen, gemeinsam mit Frauen, um entspannt, schlank und energievoll durch die Wechseljahre kommen. Und regelmäßig ist natürlich neben dem Thema Gewicht auch Hitzewallung ein Thema. Aber jetzt zum Winter auch ein Thema, wie können wir uns wärmen, wenn es draußen kälter wird und eventuell auch wie die Wohnung nicht so wie gewohnt aufheizen. Also, das ist ganz, ganz spannend. In der traditionellen chinesischen Medizin, TCM, da werden Lebensmittel und Getränke nach ihrer thermischen Wirkung auf unseren Körper eingeteilt. Das heißt, manche wirken neutral, manche kühlend und manche wärmend auf unseren Organismus. Und zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist Pfefferminze. Pfefferminze ist kühlend. Wenn wir jetzt heißen Pfefferminztee trinken, dann ist er zwar heiß, aber er wirkt auf unseren Körper kühlend. Und wenn wir jetzt einen Smoothie trinken, der kühl ist, können wir den zum Beispiel mit Ingwer anreichern, sodass er wärmend auf unseren Körper wirkt. Ich bin ein großer Fan von Smoothies, weil die uns so wunderbar beim Entgiften helfen, was sehr wertvoll ist, wenn wir in den Wechseljahren sind, wenn der Smoothie selbst gemacht ist. Und wenn wir eben Ingwer reingeben, dann wirkt er wärmend. Es gibt ganz viele Gewürze, die eine wärmende Wirkung haben. Bestimmt habt ihr schon mal bei Chili gespürt, dass das wärmend ist und Ingwer, wie gesagt. Aber auch Kardamom, Pfeffer, Zimt, Muskat, Vanille, Chili, Anis, Curry, Fenchel, das alles wirkt super wärmend. Und viele dieser Gewürze sind auch in der Weihnachtsbäckerei enthalten oder im Lebkuchengewürz oder auch im Chai-Tee, den habt ihr bestimmt auch schon mal getrunken. Der wirkt auch super, super wärmend. Und zum Beispiel könnte man das so machen, dass man sich morgens einen Gewürztee macht. Wenn man morgens jetzt im Winter, in der kälteren Jahreszeit, noch haben wir ja keinen Winter, aber manchmal fühlt es sich schon sehr kalt an. Jedenfalls hier bei uns in der Schweiz ist es irgendwie abrupt gefühlt kälter geworden. Und das ist ganz schön, morgens wirklich was Warmes zu sich zu nehmen. Eine Möglichkeit, wie gesagt, ist zum Beispiel ein Gewürzkaffee. Da könnte man etwas Zimt oder Kardamom oder und Kardamom reintun. Vielleicht auch ein bisschen Vanille. Das schmeckt mega lecker. Oder man macht sich einen Ingwertee, also Wasser mit Ingwer. Oder man macht sich einen Chai-Tee, was auch super gut ist. Das ist ein Borridge. Das isst man ja auch warm mit Haferflocken und dann eben auch mit Gewürzen. Oder man kann auch so einen Chai-Tee sich kochen und dann diesen Chai-Tee mit den Haferflocken vermischen und dann noch mehr erwärmen. Also es gibt da echt einiges an Möglichkeiten, wie wir uns schon morgens wärmen können. Und das Tolle ist, jetzt insbesondere wenn es kälter wird, dass diese warme Mahlzeit am Morgen unsere Verdauung anregt und auch Müdigkeit vertreibt. Müdigkeit ist ja auch häufig ein Thema, was die Wechseljahre betrifft und gleichzeitig auch ein Thema, was auftritt, wenn die Tage kürzer werden. Das heißt, wenn wir morgens gut gewärmt mit Essen oder Getränken in den Tag starten, hilft uns das. Ebenso auch bei der Verdauung, auch ein Thema für uns Frauen in den Wechseljahren sehr häufig. Des Weiteren hat, also neben den Zutaten, was ich erzählt habe, oder beziehungsweise den Lebensmitteln, hat auch die Zubereitungsart eine Wirkung auf die Wärme in unserem Körper. Und es ist so, dass der Apfel, der hat eher, oder was heißt nicht eher, der hat grundsätzlich eine kühlende Wirkung oder gehört zu den kühlenden Obstsorten. Wenn wir ihn aber einkochen zu Kompott und dann noch gerne Zimt hinzugeben, dann hat er eine wärmende Wirkung. Also die Zubereitungsart kann das auch verändern. Das ist halt ganz spannend zu wissen, finde ich. Einfach, dass man dann ja ein Apfelkompott ist, super, super wärmend, wenn wir eben das am besten selbst zubereiten und dann noch mit Gewürzen wie eben Zimt oder vielleicht auch Vanille oder Anis, Kadamon, wenn du das magst, würzt. Dann ist es auch sehr gut, das machen wir auch intuitiv, dass wir zu Suppen greifen oder eintöpfen. Und das Spannende hier ist, je länger wir die Sachen einkochen, also den Eintopf, den kann man nämlich super gut zum Beispiel am Wochenende vorbereiten und dann in der Woche nochmal erwärmen. Dann meist schmeckt er sogar noch besser, aber durch diese längere Erwärmung speichert er unfassbar viel Wärmeenergie, die er dann auch an uns abgibt. Ich glaube, das haben wir alle schon mal erlebt, dass wirklich, wenn wir jetzt gerade draußen waren im Winter, wenn das so kalt ist und wir dann reinkommen, dann haben wir irgendwie Lust auf einen wärmenden Eintopf. Und das ist intuitiv genau richtig, weil der wärmt uns dann richtig, richtig gut. Also das ist ganz toll. Dann Obstsorten, die jetzt auch wärmend sind, sind Squetschken, also Pflaumen, der Granatapfel oder eben den Apfel, wenn wir den zubereiten als Kompott. Ganz spannend ist, dass Südfrüchte wie Bananen, Kiwi, Orange, Zitrone und Ananas, dass die kühlend auf uns wirken. Denn in ihren Herkunftsländern, das ist nützlich, diese kühlende Wirkung, weil sie kommen ja aus warmen Ländern, das ist halt sehr wertvoll. Aber für uns, wir greifen ja oft im Winter zu diesen Früchten, hat das einen kühlenden Effekt. Wenn wir es jetzt aber kombinieren, zum Beispiel mit Nüssen, Haselnüssen und auch noch Gewürzen, dann können wir diesen Effekt mildern und dann ist das auch okay. Aber wenn uns wirklich super, super kalt ist, dann ist es nicht so unbedingt günstig, einen Orangensaft zu trinken oder Orangen zu essen, sondern lieber Pflaumen zu essen. Von den Gemüsesorten haben die Gemüse eine wärmende Wirkung, die jetzt auch Saison haben, wie Kürbis, Rote Beete, Pastinake, Petersilienwurzeln, Zwiebeln, Lauch und auch alle Kohlsorten. Und die kommen jetzt ja und wenn wir die dann noch einkochen oder im Ofen zubereiten, dann sind die eben super, super wärmend. Noch ein anderer Tipp ist kalt duschen. Das hat jetzt nichts mit der Ernährung zu tun. Wenn du morgens deinen Tag mit einer kalten Dusche startest oder zum Abschluss kalt duscht, also erst ganz normal und dann à la Kneipp kalt duscht, dann hat das auch einen wärmenden Effekt. Am besten duscht du so, sagen wir mal, eine halbe Minute, eine Minute kalt, dass dir wirklich so ein bisschen kalt wird, aber dann wird dein Blutkreislauf angeregt und das gibt dann eben Wärme. Dir wird richtig warm, das macht wach, das stärkt dein Immunsystem und das hat auch so einen Effekt auf die Schönheit, weil das einfach die Haut gut durchblutet und eine gewisse Straffheit gibt. Genau, das sind so ein paar praktische Tipps, die du machen kannst und ich bin auf dieses Thema jetzt gekommen, darüber zu berichten, weil Antenne Bayern hat mich gefragt, ob ich dazu was erzählen kann. Und das habe ich natürlich gerne gemacht, das hat auch voll viel Spaß gebracht. Und da ich das Thema sehr spannend finde, habe ich gedacht, dann erzähle ich das hier doch auch nochmal ein bisschen ausführlicher im Meno Cool Podcast, weil ja, unsere Lebensmittel haben eine thermische Wirkung auf uns. Im Sommer ist es gut, dann eher kühlende zu essen und im Winter ist es wirklich von Vorteil, wärmende Lebensmittel zu essen. Ganz viel Freude beim Umsetzen, guten Appetit und ja, eine schöne Wärme von innen heraus. Alles Liebe vom Zürichsee, deine Petra. Stay healthy, stay cool. Stay healthy. 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 Vielen Dank.